ARD Text im Auftrag von Funk Weißt du, damals am Anfang da... Das war fast paradiesisch. Auf einmal haben wir einfach die Bolle Supermarkt geblendert. War gar nicht schwer. Einfach aufgebraucht. Die ersten Leute, die holten dann die Sachen nur ganz vorsichtig aus. Leicht gebückt. Als wären sie kriminell. So mal Bier und Frischkäse. Was man so braucht am Morgen. Und dann kamen immer mehr und holten sich das, was sie brauchten. Und auf einmal war ganz Kreuzberg da. Ganz Kreuzberg. Ohne Scheiß. Soebel im Auftrag von Funk Das war's für heute. Soebel in der Nacht. Soebel in der Nacht... Das war's für Lange. Soebel in der Nacht. Montag, 1500, Eintrag, 19, 15, ho, let's go! Wir haben hier eine Ansammel vorgelegt. Können Sie uns noch ein bisschen bleiben und der Nemo-Anwender bitte zum Schluss des Erwanderers. Ich wollte nur sagen, also meine Frau, die hört mich auf. Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Gott, ich bin gleich da. Was? Achtung, Achtung! Entfernen Sie sich vorgehen von den besten Containern! Hier muss ich sein, Lateex an! Oh Gott, oh Gott! Yen, das ist die im Land! Ich bin gleich soon! So,. Choitiasen im Land!